Hargassner hat eine Scheitholzkesselserie entwickelt, die durch Sparsamkeit, Effizienz und enormen Komfort überzeugt. Egal ob es sich um einen Neubau mit kleinstem Wärmebedarf oder um eine Sanierung mit höherem Energiebedarf handelt. Jetzt neu bei Hargassner der Kombikessel für Stückholz und Pellets, sehr effizient durch zwei getrennte Wärmetauscher. Im Vergleich zum kontinuierlich steigenden Heizöl- bzw. Erdgaspreis bleiben die Scheitholzpreise stabil und kostengünstig. Mit einer Biomasseheizung von Hargassner senken sie ihre Heizkosten und sichern gleichzeitig eine lebenswerte Umwelt für die Zukunft unserer Kinder. Scheitholz stammt aus den heimischen Wäldern. Modernste Maschinen gewährleisten eine einfache und kostengünstige Produktion. Der neue Scheitholzkessel Neo HV von Hargassner. Die große Fülltür ermöglicht eine bequeme Befüllung des sehr geräumigen Füllraumes. Da ein Halbmeter Scheitholz nicht immer exakt gleich lang ist, hat Hargassner den Füllraum 600 mm tief gemacht. Überlingen sind also kein Problem. Der Kessel kann bequem über die Anheiztür manuell entzündet werden. Noch komfortabler funktioniert es mit der von Hargassner patentierten Zündautomatik. Im Sommer bzw. der Übergangszeit kann der Kessel jederzeit mit Scheitholz und Anheizmaterial befüllt werden und zündet dann automatisch bei Wärmebedarf. Für den Winterbetrieb ist der Kessel mit einer Gluterhaltungsfunktion ausgestattet. Dieser ermöglicht ein problemloses Nachlegen auch noch nach Stunden ohne Neuzündung. Durch einen bequem bedienbaren Spiegel wird die Flammenkontrolle enorm vereinfacht. Nach dem Anheizen wird die Leistung durch die geregelte Zufuhr von Primärluft reguliert. Eine optimale Verbrennung gewährleistet die über die Schamott-Brennkammer gezielt zugeführte und vorgewärmte Sekundärluft. Schamott hat sich als bestes Material hinsichtlich Wärmespeicherfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Funktionalität bewährt. Die hohen Brennraumtemperaturen über 1000 Grad Celsius bei Voll- und Teillastbetrieb tragen zum hohen Wirkungsgrad und zu niedrigsten Emissionen bei. Die Kombination von Schamott-Brennkammer, Lambda-Sondenregelung in Verbindung mit spezieller Leistungsmodulation ermöglicht einen optimalen Betrieb mit niedrigsten Emissionen und höchsten Wirkungsgraden. Das spart Geld und Energie. Die heißen Verbrennungsgase strömen durch den Wärmetauscher und werden durch die Turbulatoren an die Wärmetauscherrohre gedrückt. Dies gewährleistet maximale Energieausbeute. Ein drehzahlgeregelter Saugzugventilator ermöglicht einen kaminzugunabhängigen Betrieb in Voll- und Teillast. In Verbindung mit der optimierten Schwelgasabsaugung verhindert er auch das Austreten von Rauch beim Nachlegen. Bei jedem Öffnen der Fülltür werden die Turbulatoren auf- und abbewegt. Diese automatische Reinigung der Wärmetauscherflächen bewirkt eine konstant gute Wärmeübertragung und garantiert einen gleichbleibend hohen Wirkungsgrad. Das ist Ihr einzigartiger Hargassner Heizkomfort. Ein besonderes Highlight ist das Hargassner Touch-Display. Die modernste Regelung steuert die gesamte Heizanlage von der Verbrennung bis hin zur Wärmeverteilung und der Brauchwasserbereitung. Das Display kann für eine ergonomische Bedienung eingestellt werden. Ihre Heizanlage kann einfachst mittels Fingerdruck bedient werden. Es gibt keine Tasten mehr. Die Symbole bzw. Bilder sind selbsterklärend. Optisch erkennen Sie sofort den aktuellen Zustand Ihres Heizkessels, des Puffers und Boilers sowie des gesamten Heizungskreislaufs. Änderung kinderleicht. Einfach auf das gewünschte Bild drücken und die Einstellung vornehmen. Eine analoge Fernbedienung FR25, eine digitale FR40 oder eine digitale FR35 ermöglicht Ihnen eine komfortable Bedienung vom Wohnraum aus. Die FR35 ist auf Wunsch auch mit Funk erhältlich. Mit der neuen Hargassner App können Sie von unterwegs Informationen abfragen, Heizzeiten einstellen und Temperaturen verändern. Hargassner hat das Pufferspeicherregelsystem perfektioniert. Beim Start wird durch die Ansteuerung eines Schnellladeventils die Wärme so schnell als möglich in die Wohnräume geschickt. Sobald der Heizkessel beginnt, die überschüssige Wärme im Puffer zu speichern, wird der Kessel auf Teillast geschaltet. Dadurch verlängert sich die Brenndauer und der Heizkomfort wird erhöht. Den Hargassner Halbmeter Scheitholzkessel erhalten Sie in den Leistungsklassen von 20 bis 60 Kilowatt. Als Meterscheitkessel ist er mit 35 bis 110 Kilowatt und auf Wunsch auch mit Seitenschacht lieferbar. Als Kombination mit Scheitholz 20 bis 60 Kilowatt und Pellets von 6 bis 32 Kilowatt. Haben Sie einmal keine Zeit zum Füllen des Stückholzkessels, schaltet bei der Kombivariante die Pelletsanlage ein und versorgt das Haus mit Wärme. Beim nächsten Nachlegeintervall wird dann wieder der Stückholzkessel aktiviert. Wenn Sie sich für eine Hargassner Stückholzheizung entscheiden, erhalten Sie natürlich den weithin bekannten Hargassner Heizkomfort der Extra-Klasse. Extrem komfortabel! Das optionale Premium-Paket besteht aus einer Edelstahl-Füllraum-Auskleidung, der automatischen Keramikzündung, der Füllraumbeleuchtung und der Komfort-Aschenlade. Das bringt Ihnen eine sehr lange Lebensdauer und höchsten Bedienkomfort. Und natürlich den neuesten Stand der Technik, eine Garantie für niedrigste Emissionen, sehr ökologisch. Die über 35-jährige Erfahrung als Spezialist am Biomasse-Sektor wird in Ihrem Produkt vereint. Hargassner steht für höchste Wirkungsgrade und niedrigsten Brennstoffverbrauch. Extrem sparsam! Informieren Sie sich über die umfangreichen Förderungen in den einzelnen Ländern und beziehen Sie die staatliche Unterstützung für ein umweltfreundliches Heizsystem. Hargassner bietet Ihnen ein umfangreiches Biomasse-Sortiment von 6 bis 330 Kilowatt, bei Mehrkesselanlagen sogar bis 2 Megawatt. Weiters werden Kombikessel für Stückholz und Pellets, Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungen, Hackgut-Befüllsysteme und Heizmodule angeboten. Die optimal auf das Hargassner Kesselsortiment abgestimmten Schichtpuffer, Hygieneschichtpuffer, Warmwasserspeicher, Rücklaufanhebegruppen, Rauchrohre und weitere Zubehörteile runden das Programm perfekt ab. Jahrzehntelange Erfahrung und mehr als 90.000 zufriedene Kunden sprechen für sich. Hargassner – das ist Kompetenz- und Innovationsgeist. Zahlreiche Auszeichnungen, Prüfzeugnisse und Patente bestätigen die Erfolge. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie Ihr produktspezifisches Prospekt an oder informieren Sie sich vor Ort bei einem unserer geschulten Berater. Hargassner – Heiztechnik der Zukunft